Heute möchte ich dich wieder daran erinnern, dass du dein eigenes Placebo bist. Vom Verstand weißt du es wahrscheinlich, hast du schon öfter gehört. Aber der Verstand neigt dazu. Unsere Gewohnheitsmuster neigen dazu, sich alten Gedanken zu bedienen. Und alle Gedanken, Gefühlszustände, Seinszustände, die du jetzt im gegenwärtigen Moment fühlst, ausstrahlst, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung für die weitere Zukunft. Das heißt, magst du dir jetzt gerade Kopf zerbrechen über eine gewisse Sache, dann heißt das nicht, dass du dadurch unbedingt eine Lösung findest. Es gibt Dinge, da macht es Sinn, aber wenn du dir länger als 2-3 Minuten über etwas den Kopf zerbrechen musst, dann findest du aktuell ja nicht die Lösung. Dann darf man es loslassen. Aber man neigt oft dazu, sich darin zu verlieren und dann kommt man von einem Fragezeichen zum nächsten und zum nächsten und dann strahlt man durchgehend diese Energiesignatur der Unklarheit aus, der Unsicherheit. Diese Energie, der, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Und das ist eine sehr mangelhafte Energie, eine sehr mangelhafte Schwingung und Energiesignatur. Das heißt, du darfst dich immer wieder darauf besinnen, dir wirklich diese Auszeiten zu nehmen, dich hinzusetzen und auch wirklich aufzuschreiben mit einem Stift und einem Block, weil dadurch, dass du einen Stift und einen Block in die Hand nimmst und dich hinsetzt und das aufschreibst, magst du ein Ritual daraus, einen speziellen Prozess. Das heißt, wenn du es nicht magst und dich hinsetzt und dir vornimmst, ja, ich werde jetzt mal ein paar positive Affirmationen für mich sprechen, beobachte dich, wie lange das gut geht und wie schnell es geht, dass der Verstand dir wieder andere Gedanken sendet. Wenn du aber ein Ritual daraus magst, die schöne Musik aufdrehst, eine motivierende, inspirierende Musik, dich hinsetzt, dann Affirmationen oder auch Affirmationen aufschreibst, was auch immer, aber wenn du nur diese 5 oder 10 Minuten Zeit in dich investierst, dann passiert folgendes, du programmierst die Energie deines weiteren Tages. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Du kannst in dich selbst einprogrammieren, dass du Eingebungen und Erkenntnisse bekommst. Schau, viele Menschen laufen mit Fragezeichen durchs Leben und es geht gar nicht darum, dass sie Antworten finden. Es ist eine Konditionierung, dass wir oft süchtig sind nach dieser Unklarheit, oft süchtig nach dieser nie enden wollenden Rätsellösung, auf der Suche nach Antworten. Und es geht gar nicht ums Finden, es geht mehr ums Suchen. Wir sind es gewohnt zu suchen und fast schon süchtig danach. Wenn du für dich aber entscheidest und auch aussprichst, hey, mein liebes Unterbewusstsein, mein Gehirn oder geistige Welt, das kannst du für dich betiteln, wie du möchtest. Auch hier, es ist wieder Placebo. Wähle die Wortwahl, die für dich einen Effekt hat. Du sagst, bei mir reicht Unterbewusstsein, Gehirn? Nimm das, ja? Und dann sagst du, dann sprichst du folgendes aus. Ich weiß in diesem und jenem Punkt gerade nicht weiter, also mit meinen aktuellen Verstandesressourcen. Ich weiß, dass hier irgendwo tief in mir die Antwort schon verborgen liegt. Ich finde sie gerade nicht. Und ich bitte und ich beauftrage, dass sie in Form von Eingebungen, von Impulsen zu mir kommt. Ich beauftrage, dass ich entscheide das. Das darf während des Tages kommen. Das darf zwischendrin kommen. Das darf in Form von Situationen auftauchen. In Form von Aussagen von anderen Menschen. Ich gebe die Möglichkeiten, also ich gebe die Erlaubnis, dass es auf viele verschiedene Möglichkeiten in mein Leben kommen darf. Und dann ist wichtig, dann lässt du es los. Hier ein Vergleichsbeispiel. Hattest du das schon mal, dass du in einen Film gedacht hast und dir fällt aber der Titel nicht mehr ein? Du denkst nach, denkst nach und irgendwann denkst du dir, er fällt dir nicht ein. Okay, dann lässt du das Thema los und vielleicht eine Stunde später, manchmal einen Tag später, kommt aus dem Nichts einfach der Titel dieses Films. Das bedeutet, das ist ja der beste Beweis für dich, dass dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, dass das funktioniert, dass du Aufträge erteilen kannst und dass diese Antworten kommen. Und was natürlich jetzt im Umkehrschluss, wenn du so drüber nachdenkst, wie viele Menschen stellen sich denn negative Fragen? Warum kann ich das nicht? Warum bin ich nichts wert? Warum passiert immer mir so etwas? Da suchen die Menschen ja auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Aber dir muss klar sein, du gibst jedes Mal eine Botschaft ans Universum, einen Auftrag ans Universum an dein Gehirn. Okay, du möchtest wissen, warum du in dieser Situation bist. Du möchtest wissen, warum du nichts wert bist. Und das sagen die Menschen ja oft genauso auch mit dieser destruktiven Energie. Das heißt, sie stellen sich diese Fragen mit einer sehr niedrig schwingenden Energie und sie erwarten dann aber eine positive Antwort. Und in dieser Spirale stecken viele Menschen drin. Also auch hier, ob du dich hinsetzt oder das aufschreibst, mach es. Es geht darum, dass du diese klare Entscheidung triffst. Wirklich sagst, okay, das und das ist das Thema. Das und das gebe ich in Auftrag. Ich möchte hier Eingebungen, Erkenntnisse, Transformationen. Und dann lässt du es los. Du triffst die Entscheidung. Du sprichst mit deinem Gehirn, mit der geistigen Welt, mit wem auch immer. Und dann lässt du es los. Und du stellst dir einfach vor, als hättest du eine Firma mit tausend Mitarbeitern, die das für dich umsetzen. Die arbeiten aber nur dann, wenn du wegschaust. Wenn du hinschaust, machen sie ihre Arbeit nicht. Die arbeiten nur dann, wenn du weggehst. Und dann arbeiten sie sehr viel. Das kann ich dir echt sagen. Da arbeiten sie richtig fleißig und viel. Das bedeutet, es gibt immer die einen Menschen und das ist immer so eine schöne Beobachtung. Ich merke das ja auch bei uns in den Coachings, in den Live-Calls. Es gibt Menschen, die sind sehr in der Kontrolle gefangen. Die haben richtig viele Fragen und sind richtig in der Schwere, in der Kontrolle und kommen gar nicht weiter. Keinen Zentimeter. Das bedeutet, die Antwort liegt ja nicht in der Beantwortung ihrer Fragen, sondern eher, dass wir diesen Fragesteller mal auflösen. Dass dieser Fragesteller sterben darf. Das ist ganz okay. Es ist okay, dass der Verstand diese Stimmen keine Antworten finden auf diese Fragen. Und dann gibt es die Menschen, die sind schon ganz gut angebunden, die tun sich leicht, die nehmen die Stimmen ihres Verstandes nicht zu ernst, auch die fragen nicht. Die erkennen, ja, ich lasse das los und es kommt im Außen schon auf mich zu. Und da ist es plötzlich leicht, da fließt es. Und dann fragt man sich, naja, was war jetzt zuerst? Waren zuerst die Eingebungen da und dann sind die Menschen in der Leichtigkeit? Oder gehen die Menschen zuerst in die Leichtigkeit und dann kommen die Eingebungen? Ich kann dir Folgendes sagen, in die Leichtigkeit zu gehen, ist der erste Schritt dahin, ist oft nicht ganz so einfach, weil es erfordert einen kleinen Sterbe- und Werdeprozess. Weil, wenn du gerade diese Identifizierung mit deinem Fragesteller spürst, du spürst dir wirklich, hey Robert, ich möchte diese Antworten, ich möchte da vorankommen. Du erkennst noch gar nicht, dass das gar nicht du bist. Du bist nicht dieses Ich. Du bist nicht diese Stimme, die unbedingt diese Antworten haben möchte. Aber es fühlt sich so familiär an, es fühlt sich so, du spürst wahrscheinlich eine Resonanz dazu. Und das loszulassen, ist unangenehm. Weil das ist wirklich, das ist dieser Sterbe-Prozess, zu sagen, okay, es fühlt sich so an, als möchte ich jetzt unbedingt diese Antworten haben. Aber ich erkenne, das bin nicht ich. Okay, aber diese Stimme darf da sein. Weil, wenn du jetzt den Krieg beginnst gegen diese Stimme, dann bist du weiterhin Hamsterrad gefangen. Also erkenne das. Vielleicht kommt auch eine Stimme, die Krieg dagegen führt und sagt, ich würde jetzt unbedingt loslassen. Dann nimm auch diese Stimmen wahr. Es gibt so viele Stimmen, die du in dir wahrnehmen kannst und die du dann sterben lassen darfst. Und die lässt du dadurch sterben, indem du sagst, okay, ich erkenne, dass ich sowieso nichts kontrollieren kann. Ich erkenne, dass ich nichts wissen kann. Und ich bin jetzt bereit, wahrhaftig aufzugeben. Und dann kannst du gerne so einen Seufzer loslassen, so, ah, das ist richtig angenehm, wenn du auch diesen Stöhner, diesen Seufzer loslässt, weil das löst körperlich etwas aus. Und dann kannst du das ganze Thema abgeben. Also geh einfach davon aus, dass dieser Sterbe- und Werdeprozess immer so ein bisschen sich unangenehm anfühlt. Aber du leidest nicht darunter, wenn du ganz bewusst damit umgehst. Dass du jede Stimme darf da sein, aber du kannst sie auch wieder sterben lassen, indem du ihnen, indem du sagst, okay, sie dürfen da sein, weil viele Menschen unterdrücken sie, schieben sie beiseite und sagen, nein, ich muss das jetzt loslassen. Das klappt nicht. Erkenne, es geht um die volle Akzeptanz. Jede Stimme darf da sein. Erkenne sie. Spüre sie. Spüre den ganzen Krieg unter den Stimmen, die oft stattfinden. Und erkenne, hey, das alles bin ich ja nicht. Aber ich spüre es. Ich fühle es und es fühlt sich sogar so an, als wäre ich das. Aber es ist okay. Und ich erkenne, dass ich nichts kontrollieren kann und ja, ich bin jetzt bereit, das alles sterben zu lassen. Ah. Ja, und interessanterweise, das ist ja das Paradoxe daran, du bist bereit, diese Kontrolle vollständig abzugeben und genau in dem Moment erlangst du die volle Macht oder Kontrolle über dich. Das ist immer so sehr gegensätzlich. Den Moment, wo du bereit bist, wahrhaftig aufzugeben, dich wahrhaftig auf diesen Sterbe- und Werdeprozess einzulassen, genau dann geschehen wahre Wunder. Und was auch noch wichtig ist, wenn dann Eingebungen kommen und die kommen, die Erkenntnisse, die Zeichen von außen, du wirst sie erkennen, wenn du achtsam genug bist und immer weißt, hey, in Wirklichkeit, die Antworten kommen jetzt auf mich und auf mich zu und ich brauche mich gedanklich nicht mehr damit beschäftigen. Das ist doch angenehm. Also, bei den Dingen, wo du halt sonst sowieso keine Lösung findest. Dann geschieht Folgendes, irgendwann kommt eine Eingebung und dann, wenn du merkst, du bist zu euphorisch, ja, dann passiert Folgendes, der Verstand wird wieder aktiv und macht ein Konzept daraus. Er haftet daran, er krallt es sich, ja, und das Ding ist, du versperrst dich dann für weitere Eingebungen. Da ist mir wirklich mein Tipp, du bekommst Eingebungen, schreib sie auf und lass sie wieder los. Weil es ist ungewohnt, wenn, also normalerweise, kommen am laufenden Band Eingebungen und Impulse für dein Leben. Das ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Das ist der komplette Naturzustand, den wir haben, aber wir haben den eigentlich nicht mehr, weil wir in einer unnatürlichen Umgebung leben. Und wenn du dann auf einmal wieder eine Eingebung bekommst, einen Impuls, der sehr tiefgreifend ist, von innen, wo du denkst, wow, das ist ja cool. Und wenn du dich dazu sehr hineinsteigerst, dann verlierst du dich wieder darin. Das heißt, du gehst mit deiner Aufmerksamkeit von innen nach außen, kommst wieder mehr in den Verstand, in die Kontrolle und dadurch versperrst du dich für weitere Eingebungen. Das heißt, wenn Eingebungen kommen, die dürfen da sein, freu dich darüber, schreib sie aber auf und wenn du dann wieder das loslässt, also du kannst auch mit den Eingebungen direkt Entscheidungen treffen und umsetzen, aber viele sind dann mega euphorisch, weil sie das zum ersten Mal so erleben und versperren sich dann wieder. Wenn du merkst, die Euphorie ist da, auch hier, lehne sie nicht ab, sie darf kommen, sie darf da sein, aber identifiziere dich nicht mit dir. Erkenne, du bist auch nicht die Euphorie, weil viele Menschen sind süchtig nach Euphorie, nach positiven Gefühlen und das ist interessant, wir sind oft bei den negativen Gefühlen, lernen wir bewusster, wacher zu sein, um uns dann, wenn positive Gefühle kommen, darin zu verlieren. Das ist sehr interessant, weil Unbewusstheit wird nicht direkt bestraft, man zahlt die Rechnung immer ein bisschen später. Du kannst aber auch positive Gefühle bewusster, wacher durch Leben. Das heißt nicht, dass du sie zu Tode analysierst. Analyse und Wahrnehmung sind sowieso zwei verschiedene Welten. Wenn du beginnst, alles bewusster zu fühlen, wow, dann wird dein Leben so viel lebenswerter, egal ob die Sonne in dein Gesicht scheint, ob du dein Essen genießt, egal was, je mehr Wachheit und Bewusstheit du integrierst, desto mehr kannst du alles genießen. Und je bewusster und wacher du bist in diesem gegenwärtigen Moment, desto mehr Eingebungen kommen, weil einfach dein Verstand dich nicht mehr benutzt. Und in Wirklichkeit brauchen wir ja eigentlich nur einen Bruchteil der Denkprozesse, die unser Gehirn so hat, um im Leben wirklich voranzukommen. Es gibt so viele Gedanken, die gar keinen Sinn ergeben, aber sie kommen. Und jeder Gedanke kostet Energie. Und unnötige Gedanken zu haben, es bringt nichts, kostet unnötig Energie. Weißt du, beim Auto und überall schauen wir auf Energiesparen und also eigentlich überall auf der Welt beim Auto und alles, was es so gibt jetzt, wo man Energie braucht, in welcher Art und Weise auch immer, ob Benzin oder Strom oder Gas, da schauen wir auf Effizienz, auf Effektivität, aber was unsere eigene Energie im Gehirn angeht, weißt du, was da freigesetzt wird an Energie, wenn du weniger Gedanken hast, nur noch die Gedanken, die du wirklich benötigst auch. Wow, du wirst so viel mehr Lebensenergie für dich haben, wenn du dich auf diese Prozesse einlässt. Ja, und durch Meditation und durch viele andere Dinge kannst du dann natürlich auch noch besser und noch mehr aussteigen aus dir selbst, aus deinem menschlichen Sein, weil das bindet dich ja meistens an diese ganzen Themen und Fragen, die der Verstand so hat. Du findest in der Beschreibung meine kostenfreie Bewusstseinsbox, wo du Zugriff hast auf verschiedene Techniken, Methoden, Rituale, die du für dich anwenden kannst, für verschiedene Lebensbereiche, um Transformation zu erleben, Erkenntnisse und ja, die dich wirklich weiterbringen in deinem Sein, wo du wirklich Quantensprünge erleben wirst. Hey, das war's zu dieser Folge. Abonniere gerne meinen Instagram-Account und alles, was du so in der Beschreibung findest und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.